hi leute und herzlich willkommen zu einer weiteren folge hausbilder heute bauen wir mal fertig hier mal ein paar schrauben in den boden reinhauen heute haben wir wieder montag die schule fängt wieder ich hoffe euch geht es allen gut ihr habt alle heute schon also die die in die schule noch gehen haben schönen schultag die arbeiten gehen heute einen schönen arbeitstag wir werden hier jetzt mal ein bisschen gucken dass wir dieses haus fertig kriegen fertig kriegen soweit kriegen wie es geht in der folge schräubchen schräubchen so was als nächstes kommt hier habe ich schon super was sie dieses haus zum schluss aussieht da sollen die eigentlich nur container schauen was da draus wird doch da drinnen hier ein paar schräubchen gut was jetzt als nächstes ja ja so was schon mitnehmen einsetzen da geht auch hin jetzt welche setzen ja acht acht Congratulations! Ich bin der Welt. Ich bin der Welt. Hier noch ein paar Schrauben, da noch ein paar Schrauben. Mal hier alle Schrauben? Ja, ne? Ja, dann gehen wir auf die andere Seite, machen da noch die Schrauben fest. Ja, die Schrauben. Äh, wo jetzt noch? Ach ja. Hm. Hm. Ja, da ist was zu tun, ne? Das ganze Ding hier auszukleiden mit Holz. Und in sowas kann man wohnen. Sowas bauen sich Leute. Könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr fettig werdet, wenn es fertig ist? Oder allgemein. Container lebt, ne? Vielleicht so ein Haus bauen würdet. Würde mich mal interessieren, ob jemand so leben, äh, so ein Container drin wohnen würde. Ja, kann man das bestimmt wohnlich machen. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Outstanding! So, jetzt sieht ja überall alles fest rein. Äh, diesmal muss man wenigstens mal alles festschrauben, ne? Die letzten Male haben wir ja nur was hingesagt und nicht festgemacht. Jetzt mal alles festmachen, wenn die Schrauben sich wirklich richtig rein gehen. Genau. Ich tut es. Nein, das sind die nicht. Das ist... Zack, zack. Jetzt machen wir eine Leider. Jetzt machen wir eine Leider... Okay... Äh... Nein, die Treppe eher jetzt. Leider. Leider. Hier darf man was? Immer nix, ne? Ah, ich bin nicht da hoch. Nö, dann müssen wir das kaufen. Okay, 16 Stück. Ah, das war jetzt enden zu viel, na egal, das war alles zu viel wie ein zu wenig. Ja, ja, ja gut jetzt, warte denn der, seitwärts, okay, ah, danke schön. Wo war denn die Leider? Äh, die tut mir nicht Leider. Okay. Was, wenn wir jetzt mal wieder hier checken? Nein. Da. Das verhalten meine Hand. Die Hand ist wieder geschlossen. Ja. Was müssen wir denn da oben hin machen? Ähm, von denen da noch? Okay. Gut, da brauchen wir noch ein paar Stück, ne? Was brauchen wir denn insgesamt 35 Stück? Gut, das ist 30, 30, 33, 35, 35, 35 Stück. So, dann komm mal, komm mal, und dann schwie mal so. Ne, komm da nicht hin. Ja, ich such dich, ich kann verjessen, wo du bist, wo du packst, hallo. Ah, davon. Ey, wo willst du denn hin? Das ist mal aufhören, das da hinzuschmeißen. Hallo. Geben bei dir. Ich sag, ey, ich schmeiß das einfach da hin, ey. Geht aber gar nicht. 34, da fehlt sogar noch eins. Ey. Und der Geschnürschuh. Hoppala. Seit wann habe ich ihn jetzt Fallschaden? Voll. Hinterhand noch eins, ey. Was für ein Kasper. Hup, jetzt habe ich das Falsche gegobt. Ja, war ja klar. Ich hab... Na klar. Weg damit. Jetzt aber. Himmel, Herrgott. Wo ist es dann? Jetzt teleportiert er mich schon wieder voran aus dahin. Ich krieg hier gleich einen Zivil. Dieses Spiel mockt mich. So, jetzt gehts doch. Himmel. Oh. Ah, schön, alle wieder festschreien. Ah, ja, klar. Oh, ja, klar. Ah, falle mehr runter. So, jetzt mal wieder hoch. Nein, 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 nein. Ach, schön, der kann auch, ja, klar, dass der auch rausgeht, wenn man die ganze Zeit aufrückt, ne? Und jetzt noch. Ah, gut. Was nun? Wieder. Ey, das gibt's ja nicht. Wie es weitergeht, seht ihr beim nächsten Mal, also schaltet auch dort wieder ein, ob ich mich weiterhin aufrege, ob diese über dieses Spiel, das sehen ihr. Ja, ne, lasst ein Like und ein Abo da. Bis denn, tschüss. 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 Tschüss.